Hallo Freunde, heute gucken wir uns die neuen Fame-Pedale an. Über Zerra, Modulation bis hin zu räumlichen Klängen ist hier einiges mit dabei. Das Fame-Kadratur ist ein Autowahr, also ein anschlagsdynamischer Filter. Eine Kadratur ist auch ein zusätzliches Schaltwerk in komplizierten Uhren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.